Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stray Wir waren hier stehen geblieben beim schlafen Ich muss sagen, wir gehen weiter, weiter Ja, den bestreck ich erstmal so, ich würde... Ich glaube hier runter geht's los Süß Ich spiel's aber doch richtig goldig Oh lol Breaking News Aus, 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 ich mach's aus Ungeschalten Ah Ja, tu mir nochmal drauf Eine Kuss schon Nein, mal weg Da kann's mal laufen Übersetzen Hm Wie du deine künstliche Diggins entwickelst, um so kreativ wie ein echter Mensch zu sein Band 42 Boten bleiben Hätten's den Typ euch bringen können, oder? Egal Egal Komm mal irgendwann an, dann schau wir das zurück Oh Oh yes Das ist mir Friedrich als Katze Übersetzen Hey Hey Dog, ich hab die Schüsse zu deinem Safe gefunden Du musst echt vorsichtiger sein Nagi-chan Es reicht nicht, dein Safe hinter einem Haufen Bücher zu verbergen Jess, die Bibliothekare Dein Haufen Bücher Dein Haufen Bücher ich würde sie gar nicht an die äh ne an Graffiti Falls denken bei dem Buch vielleicht, maybe sogar eine Anlehnung ich rede hier gar nicht von dem Raum, sondern von einem anderen Bücherraum das kann aber nicht auch sein ich muss hier irgendwo hoch kommen als ob ich mich einfach ins Regal legen ist ja super hm hm ich stege ein bisschen auf dem Schlauch aber nur ein bisschen hier geht es ja auch nicht weiter bin ich überhaupt richtig? bin ich ich bin hier auch komplett falsch bin Hallo? Oh hey du bist es was für ein komisches kleines Kerlchen aber irgendwas irgendwas strahlst du aus ich fühl nicht was für anlass dich zu streichen aber tu es nicht weil ich nicht weiß warum hm süßes kleine Kerlchen süßes kleine Kerlchen wo klett er hier eigentlich gerade rum ich habe das Parcours das habe ich aber glaube ich schon mal erinnert oh man der Musiker auch mal da unten Hallo Hallo Unbetitelt 44 Noten oh oh hier spielt da fällt doch auch in die Gitarre so ein scheiß Benzin Kanisterium läuft wow du spielst echt scheiße der ist nachts du heut am Rechnen bist oh der ist gut oh der ist gut na dann weil der ist gut ich hatte Money du 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 Oh shit ja ich hätte nicht gut nicht gut die sind nicht gut für Katzen ja nicht ich hab noch mehr für dich ich verschwinden wenn man sie benutzt hat 3 ist ja weg morgen übermorgen cool schaust dir an ja 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 sie sind komisch die anderen sind recht gut die Lied k k k keinem immer locker immer gut keinem Ich fühle mich auf jeden Fall sehr. Ich habe ein Lied noch für dich. Kringfügig wichtige Nutzung. Gut, ich habe bloß das Gefühl, dass die Videos fett weggestreckt werden. Aber egal. Kann ja eigentlich eh nichts so Schlimmes passieren. Warte mal. Ich glaube, ich habe ein bisschen laut auf deinem Mikrofon. Kann ich jetzt unbedingt einstellen. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. So. So, ich glaube jetzt. Hier muss ich ein bisschen. Ich habe das mit dem Mikrofon. Ich habe ein sehr guter Lied. Ich habe das mit dem Lied. Ich habe das mit dem Lied. Ich habe das mit dem Lied. Dankeschön, Alter. Ich dachte, der hört niemals auf. Ich glaube, ich habe jetzt kein Lieder mehr für ihn. Nope. Tschüss. Das muss ich frage, wo war dieser... Ah, ich weiß wo, aber... Glaube. Ich bin mir noch nicht mehr genau sicher. Aber das finden wir hier heraus. Nee, das ist er nicht. Das ist ja kein... Das ist ja kein Haufen Bücher. Tasten. Tasten. Hm, nee. Wir suchen irgendeinen Safe hinterm Bücher. Ich bin da oben doch nicht richtig. Also, never bin ich da oben doch richtig. Oder muss ich... Muss ich hier wieder rein? Das kann ja auch nicht sein. Weil hier sind auch Bücher. Naja, hier ist auch wieder kein Safe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.